Packen? Packen! Let's go! Für mich ging es mal wieder auf ein Presse-Event. Und damit ihr wisst, wie sowas eigentlich aussieht, nehm ich euch heute mal mit. Kurz in den Zug nach München und dann... Ab zum Flughafen! Ich bin seit Jahren nicht mehr geflogen, aber Flughäfen sind so geil zum Rumlaufen. Einfach Maschallah! Gepäck am Start, Ticket am Handy und ich bin drin. Einfach nur abgehoben, einfach wieder gelandet und willkommen in Paris. Wir reden hier ja alle Französisch. Naja, halt alle außer mir. Irgendwie bin ich aber dann trotzdem auch im Hotel... Angekommen! Abends ging's dann noch zum Essen und später noch rüber zum Eiffelturm ein paar Fotos machen. Und dann war Tag 2 echt an kurz Fresh machen und dann voller Motivation... Morgen! ...auf das eigentliche Event. Xiaomi stellt heute neue Technik vor und zuerst kommt wie immer die Keynote, in der alles neue gezeigt wird. Die Keynote ist jetzt vorbei, jetzt geht's zur Demo-Area. Hier können wir den neuen Scooter, Fitnessband, Fernseher und 2-in-1 selbst ausprobieren und filmen. Außerdem gibt's Essen und es war einfach nur verdammt warm. Ich sitze einfach nur vor dem Ventilator. Es ist so warm. Jetzt geht's auch schon wieder zurück und so schön die Stadt auch ist, der Verkehr hier ist eine Katastrophe. Natürlich gab's auch noch kleine Probleme. Warum kommt es wieder? Aber nach einigen Stunden... Angekommen! Und ich sag danke an Xiaomi für das coole Event.